Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen. Montag, der 9. April 2018. Ihr hört die Geek Talk Daily und hier ist Martin Rechsteiner für euch. Die folgenden Themen habe ich für euch. Lumia 950, Microsoft Photo App, Tor Messenger, Computer per Gedankensteuer, Nandflash 368, Spotify, Amazon, YouTube Kids, Patentsammler und eine kleine Testfahrt. Beginnen wir gleich mit einem Telefon, das es eigentlich gar nicht mehr wirklich gibt. Nicht im Sinn, dass es die Hardware nicht mehr gibt, aber das Betriebssystem ist nicht mehr ganz so verbreitet. Windows Mobile 10 oder Windows 10 Mobile ist ja nicht mehr ganz so geläufig. Meines habe ich auch nicht mehr ganz so viel in Gebrauch, aber dennoch immer wieder mal ein bisschen mit drum gespielt wird, auch hier. Ähnlich geht es gewissen Hackern und Bastlern, die eben an solchen Geräten rumbasteln. Genauer gesagt am Lumia 950 XL, also einem ziemlich grossen Lumia Smartphone. Da hat es jetzt einer geschafft, einen UEFI Boot Manager zu installieren. Das ist quasi die Grundlage, ihn einfach gesagt, um andere alternative Betriebssysteme drauf zu installieren. Unter anderem wäre theoretisch sogar möglich, da Android drauf zu kriegen. Da braucht es dann aber noch spezielle Treiber etc. Aber auf jeden Fall immer wieder mal spannend zu sehen, was Leute mit ein bisschen älterer Hardware, die eben nicht mehr ganz so oder ausgedient hat, so treiben. Dann geht es gleich weiter mit der Microsoft Fotos App. Das ist eine App wie bei Apple Fotos und bei sonst wo, keine Ahnung. Eine vorinstallierte oder besser gesagt eine eigene App, um Fotos zu verwalten, die man bei Microsoft über den App Store kostenlos herunterladen kann. Und die hat jetzt die neue Funktion, dass man Tags etikettieren kann, sprich die manuell Tags setzen kann. Ein Feature, was es sonst überall schon gibt, aber für all diejenigen, die eben auf genau diese Foto App setzen, sicherlich keine doofe Geschichte, dass es das jetzt auch gibt. Wer im Internet unterwegs ist und in Anführungsschlusszeichen anonym sein möchte, der nutzt oder bedient sich dem Tor-Netzwerk. Das ist eine kleine Verschleierungsmöglichkeit der Daten und Wege, die man so durchs Internet betreibt. Und die Macher von eben genau diesem Netzwerk haben auch einen Messenger eigentlich im Angebot, den sie seit Jahren entwickeln. Es geht dabei darum, dass die Spuren im Netz nicht mehr so einfach zu verfolgen sind, bis sogar unmöglich. Und mittlerweile muss man leider den Messenger aussetzen oder einstellen. Da gibt es mehrere Gründe dafür. Zum einen ist die App, die sie als Grundlage genommen haben, sowie die Technologie dahinter, die nicht mehr weiterentwickelt wird. Und zum anderen fehlt ihnen natürlich, oder was heisst natürlich, fehlt ihnen leider auch die Manpower und somit wahrscheinlich dann eben auch das Geld, um sowas voranzutreiben. Immer wieder traurig, wenn solche Geschichten nicht weiterkommen. Dennoch weiterkommen möchte man am MIT. Da haben Forscher ein Wearable & Tech, dass ihr euch über das Ohr stülpen und an die Backen klatschen könnt. Schaut optisch noch nicht ganz so ideal aus. Aber über dieses könnt ihr Sprachbefehle abfeuern. Über einen Google Assistant, über einen Alexa, was auch immer, könnt ihr sprechen. Und zwar eben in Gedanken, nicht eben nicht sprechen, sondern in Gedanken Befehle ausführen. Wie Beträge zusammenzählen oder sonstige Geschichten. Alles in allem sehr spannend und ich freue mich da, wenn dann mal Gadgets rauskommen, die ein bisschen hübscher rausschauen. Wenn ihr noch nicht gesehen habt, daily.geeklob.ca, da findet ihr in den Shownotes die Infos dazu. NAND Flash Speicher von Micron sind gefragt. Deshalb wird auch jetzt für weitere Milliarden die Superfabrik, die sie in Singapur haben, schon wieder erweitert. Und zwar nochmals um 16,5 Hektar. Es ist ein Riesenbau, soll tausend neue Jobs bringen und vor allem auch für den Bereich Forschung wird man da tätig sein. Dürfen wir gespannt sein, was da noch alles kommt aus der Strecke. Auch gespannt sein dürfen wir. Die meisten haben es wahrscheinlich eh schon von euch mitbekommen. Casey Neistat hat wieder gestartet und zwar mit seinen Daily Vlogs. Die nennt er ab sofort 368 und da könnt ihr ihm wieder täglich zuschauen, was er alles so erlebt. In der ersten Folge hat er ein bisschen beschrieben, wie das Ganze funktioniert mit dem Schneiden etc., Tagesversetzt etc. Wer es interessiert, reinschauen, falls ihr es nicht schon getan habt. Seit dem 6. April wissen wir von Spotify, die ja letzte Woche an die Börse gegangen sind, dass sie etwas Neues vorstellen möchten. Das ist am 24. April soweit. Also schon bald. Und dazu gibt es auch schon einen kleinen bisschen einen Teaser. Es könnte um Hardware gehen und genau gesagt um Hardware fürs Auto. Ich bin ja mal ganz gespannt. Im Tesla zum Beispiel unter anderem hat es solche Dinge ja schon integriert im großen Tablet, was da in der Mitte drin ist. Aber bei vielen anderen Autos gibt es das natürlich nicht und da wäre sowas sicherlich keine doofe Geschichte. Alexa startet leider erst in den Staaten und in Kanada das Alexa Announcement oder die Alexa Announcement Funktion. Das heisst, ihr könnt zum Beispiel von einem Sprachassistent zum anderen von der Küche ins Büro oder umgekehrt Sprachnachrichten übermitteln. So nach dem Motto, kommt Essen oder Essen ist fertig oder Sprachassistent, sag allen bitte das bla 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 und so weiter. Geschichten, die man sicherlich gerne nutzen möchte, wenn man dann auf solche Sprachassistenten setzt. Wie ist das bei euch? Werdet ihr das nutzen, wenn es dann mal zu uns kommt? Irgendwann vielleicht? YouTube Kids war schon das eine oder andere Mal Thema hier im Geek Talk Daily, weil YouTube in letzter Zeit ein bisschen geschlampt hat. Oder besser gesagt, die nicht ganz so seriösen Menschen haben es geschafft, den Algorithmus von YouTube zu umgehen. Denn bis anhin wurde die YouTube Kids Geschichte von Algorithmen, also von Computern, kuratiert und zur Verfügung gestellt. Aber da sind in letzter Zeit immer wieder mal Inhalte durchgegangen, die nicht unbedingt für Kinder ideal sind. Und deshalb möchte in Zukunft Google da wieder wechseln, weg vom Algorithmus hin zum Menschen. Ich denke, da ist der Skandal um Facebook etc. sicherlich nicht unschuldig, was das anbelangt. Patentsammler gibt es wie Sanda mehr. Gut, so viele sind es dann zum Glück doch nicht. Aber es gibt Menschen oder Firmen oder auch Konstrukte, die sich einzig darauf auslegen, Patente einzukaufen, die sie dann nachher gewinnbringend umsetzen können. Eines dieser wurde auch jetzt wieder gegen Apple und nicht nur gegen Apple eingesetzt. Unter anderem wurde auch Nokia und Huawei sowie Verizon verklagt. Und es geht um den Sensor für die Pulserfassung. Laut Aussage eben vom Inhaber dieses Patents soll Apple schon in den Jahren vor dem Apple Watch Release bei ihm oder bei der Firma zu Besuch gewesen sein und hat sich Informationen geholt. Und er ist ziemlich der Meinung, dass eben Apple sich da Dinge abgeguckt hat, die unter Patent stehen. Ja, Gerichte haben wieder zu tun in diesem Amerika. Und zu guter Letzt habe ich euch einen kleinen Link, den ihr auf tele.tiklog.ca bei der 348 anklicken könnt. Ich war nämlich gestern ein bisschen fahren. Was heißt ein bisschen fahren? Ich war das erste Mal seit elf Jahren wieder mal hinter dem Steuer und habe ein Sion von Sonos Motor gesteuert. Es ist ein Elektroauto mit Moos drin. Was das Moos da drin macht, nachlesen. Link ist bei uns in den Shownotes. Und da ist dann auch das YouTube-Video drin, das ihr euch anschauen könnt. In diesem Sinn, das war es. Mein erster Tag in der Geek Talk Daily für diese Woche. Für mich geht es schon bald in die Ferien. Aber für euch mache ich natürlich noch bis Ende der Woche durch. In diesem Sinne, wir hören uns wieder morgen. Habt einen erfolgreichen Tag. Tschüss, euer Pogipsi. Hört mehr Geek Talk.